Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gucken wir uns an, wie wir uns unseren eigenen Hidden Service im Tor-Netzwerk aussetzen können. Dazu erstmal kurz ein paar Vorab-Informationen. Ihr braucht ein wenig Vorwissen für das Ganze. Wir machen das Ganze hier unter Linux, das heißt, ihr solltet wissen, wie ihr mit Linux und auch mit dem Linux-Terminal umgeht, zumindest grundlegend. Auch das Tor-Netzwerk sollte euch kein Fremdwort sein. Also ihr solltet vielleicht ganz grundlegend wissen, was Tor ist und ja, ihr braucht jetzt nicht unbedingt wissen, wie es funktioniert, aber wenn ihr einen Hidden Service laufen lassen wollt, wäre es schon ganz praktisch. Ich empfehle euch da einfach, falls ihr es noch nicht getan habt, euch meine Tor-Netzwerk-Reihe bis zu diesem Punkt hier anzugucken. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht zwangsläufig nötig, um diesem Tutorial hier zu folgen, aber es ist eigentlich ratsam. Außerdem solltet ihr dann selbstständig wissen, wie ihr mit dem Server, den ihr dann über das Tor-Netzwerk laufen lassen wollt, umgehen könnt. Also im Prinzip, ich zeige das jetzt hier beispielhaft an einer Internetseite, ich werde aber diese Internetseite nur minimal konfigurieren und nichts weiter. Das heißt, ihr solltet dann selbst wissen, wie ihr zum Beispiel eine Apache-Server oder einen NGNX-Server aufsetzen könnt, falls ihr eine Internetseite betreiben wollt. Oder falls ihr irgendwas anderes über das Tor-Netzwerk laufen lassen wollt als eine Internetseite, solltet ihr natürlich auch selbstständig wissen, wie ihr das dann hinkriegt. Ich zeige jetzt in diesem Video nur, wie man das Ganze mit dem Tor-Netzwerk verbindet als Hidden Service. Und da vielleicht auch nochmal kurz als Disclaimer, das Ganze ist nicht illegal, solange ihr natürlich auf eurem Server nichts Illegales macht. Beispielsweise für eine Internetseite gilt, an sich habt ihr das Gleiche zu beachten, wie auf einer normalen Internetseite. Nur weil das Ganze über das Darknet, also im Prinzip das Tor-Netzwerk läuft, ist es noch lange nicht illegal, aber ihr dürft natürlich nichts Illegales drauf machen, wie sonst auch. Nur mit dem Unterschied, dass es hier schwierig ist, euch nachzuverfolgen. Gut, genug vorweg geredet. Wir legen jetzt auch direkt hier mal los. Dazu öffnen wir ein Terminal. Ich bin hier unter Linux Mint. Unter anderem System müsst ihr natürlich gucken, dass ihr euren eigenen Package-Manager nehmt und so weiter. Ich zeige das hier beispielshaft an Linux Mint. Geht aber eigentlich bei allen Debian-basierten Systemen relativ genauso, wie ich es jetzt zeige. Gut, zuallererst brauchen wir das Tor-Package. Nicht den Tor-Browser, sondern das Tor-Package, das dann eben uns erlaubt, einfach nur das Tor-Netzwerk zu nutzen. Dafür sagen wir sudo apt install tor. Einmal kurz das Passwort eingegeben, bestätigt. Das dauert dann ganz kurz. Nicht sehr lange. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Jetzt starten wir noch kurz im Service, also sudo systemctl start. Oder weil wir das ja dann wahrscheinlich auch für immer aktiviert haben wollen, vielleicht lieber enable minus minus now. Und dann Tor. Gut. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt Tor konfigurieren. Dafür machen wir sudo nano slash etc slash tor slash tor rc. Hier haben wir jetzt eine Konfigurationsdatei. Da gehen wir nach ganz unten. Und sagen dann hier hidden service dir. Da gehen wir jetzt den Ordner an, wo Tor sozusagen liegen soll. Wo dann der hidden service seine Daten speichern soll. Nicht die Internetseite, sondern nur die Sachen, die zu Tor gehören. Standardmäßig nimmt man da slash var slash lib slash tor slash hidden service. Ihr könnt aber theoretisch das Ganze auch woanders lagern lassen. In der nächsten Seite sagen wir hidden service version. Und die setzen wir auf 3. Und abschließend sagen wir noch hidden service port. Und jetzt müssen wir erstmal den Port festlegen, auf den dann der Client später drauf zugreifen will. Das wäre dann für eine Internetseite 80. Und als nächstes sagen wir, wie wir das Ganze hier lokal gestalten. Also erstmal, zu welcher Adresse wir das leiten. Das wäre dann localhost, also 127.0.0.1. Und jetzt dahinter noch den lokalen Port. Das ist dann auch 80. Also 127.0.0.1.80. Dann haben wir das auch fertig. Gut, das Ganze speichern wir und schließen es. Jetzt machen wir der Einfachheit mal sudo minus i, um als root zu arbeiten. Denn wir gehen jetzt in varlib tor. Und müssen da jetzt erstmal, wenn wir nämlich ls machen, sehen wir, dass er noch nicht existiert, den hidden service Ordner machen. Also mkdir hidden service. Diesen müssen wir jetzt noch ein bisschen modifizieren. Wir machen chmod 700 hidden service und chown debian minus tor, doppelkunkt debian minus tor hidden service. Gut. Wenn wir dann mal ls minus l machen, dann können wir überprüfen, ob unsere Rechte vernünftig geändert wurden. Wir sehen, hat alles geklappt. Das große s dort bei den rechten links können wir einfach ignorieren. Das passt schon. Und dann können wir einfach mal in den hidden service Ordner rein navigieren. Wenn wir jetzt ls machen, sehen wir, dass da natürlich logischerweise noch nichts drin ist. Wenn wir jetzt aber mal sagen, systemctl restart tor und jetzt wieder ls machen, dann sehen wir, dass wir hier ein paar Sachen generiert haben. Ganz bedeutend ist jetzt hier der hostname. Wenn wir mal machen cut hostname, dann sehen wir, dass wir dort eine onion URL generiert gekriegt haben. Mit dieser URL ist jetzt unser hidden service erreichbar. Das ist auch jetzt schon so. Allerdings funktioniert der noch nicht, denn wir haben ja noch keinen Server auf der anderen Seite liegen. Wir haben ja noch keine patchy server oder sonst was konfiguriert, was dann in der Internetseite darstellen könnte. Das heißt, wir sagen einfach mal ganz stumpf, dass wir hier einen minimal konfigurierten nginx server jetzt einfach mal aufsetzen. Also das ist jetzt nicht mehr tor, sondern das ist jetzt der nginx server im folgenden. Sudo apt install nginx. Und sudo, ach sudo brauche ich ja eigentlich gar nicht, ich bin hier sowieso schon als root. Systemctl start oder ich mache mal wieder enable minus minus now. nginx. Wenn wir jetzt hier mal unseren Firefox öffnen. und hier einfach mal local host eingeben, dann sehen wir, dass unser nginx server hier minimalistisch konfiguriert ist. Gut, jetzt haben wir eigentlich alles schon fertig. Jetzt funktioniert unser hidden service. Wir machen mal nochmal cat host name. Den kopiere ich mir mal kurz. Und jetzt wechseln wir auf Windows. Könnte natürlich auch ein Linux sein. Auf jeden Fall möchte ich hier mal kurz auf einem anderen PC arbeiten. Dort starten wir jetzt nämlich den Tor Browser. Und wenn wir jetzt hier diese URL rein kopieren. Und dann Enter drücken. Dann dauert das kurz, weil das Tor Netzwerk ja nicht schnell ist. Und dann sehen wir, dass wir hier auf unserer Internetseite verbunden sind. Das funktioniert jetzt von überall aus der Welt. Das heißt, der hidden service hat noch den Vorteil, dass man hier keine wirkliche Domain sich registrieren muss. Und dafür Geld bezahlen muss oder sowas. Sondern das funktioniert automatisch. Gut, dieser hidden service läuft jetzt so lange, wie wir hier Tor laufen lassen haben. Wenn ich hier mal systemctl stoptor sage. Und dann rüberschalte. Und wir das Ganze jetzt aktualisieren. Und dann sehen wir, dass er hier wieder eine Weile lädt. Aber er wird jetzt auf jeden Fall nichts mehr finden. Denn unser Server ist tot. Gut, mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu zeigen. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. 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 Ciao.